Musik You have failed me for the last time Herzlich Willkommen zur Star Wars Show Deutsch Star Wars Show Deutsch, 40 Jahre Star Wars, euer Medienkanzler, Captain Rex Ja wie sieht das denn hier aus, richtig, wie sieht das denn hier aus, ist ja alles fast schon weg Richtig, wir haben den sogenannten totalen Ausverkauf der Figuren, heute war auch ein Ansturm auf diese Star Wars Figuren Die Leckerchen sind natürlich weg, die bei Amazon so richtig Geld kosten Bei Amazon kostet eine Figur mittlerweile bis zu 355 Euro, haben wir gesagt, ok, nimm sie mit für 69,95, heute auch Eine bei Amazon 89,95, nimm sie mit für 40 und ist klar, dass das jetzt hier leer ist Wir haben heute also einen kleinen Ausverkauf gemacht, weil Samstags ist ja immer dieser Star Wars Stammtisch Da kann man vorbeikommen, können wir philosophieren, das wird auch noch bis nach dem E8 sein Also es wird im Jahre 2017 bis Ende auf Silvester, bis 1.1.2018 so sein Am 1.1.2018 ist natürlich alles vorbei Dann gehen wir ins 41. Jahr von Star Wars und Catherine Kennedy sagte ja, 10 Jahre geht es weiter Also im Jahre 2029 wird weiterhin, also nach E9, also im Jahre 2019 geht es nochmal 10 Jahre weiter Weil bis 2019 ist ja alles schon in trockenen Tüchern Der Solo, Star Wars Story mit unserem, ja, er ist jetzt hier ein bisschen da an der Wand Ist ja auch nicht mehr da, der Harrison ist ja ein anderer Solo-Darsteller Der Solo-Darsteller wird also, 80% des Films wurde umgeändert Wurde bestätigt, 80% des Films wurde verändert und neu gemacht Einige sagten schon, sollen wir uns Sorgen machen über den Solo-Film Wir machen uns gar keine Sorgen, wir finden Star Wars toll, wir sind Star Wars Fans Wir haben ja über 900 Star Wars Begeisterte im Filmclub, die den Film Star Wars mögen So, die Umbauarbeiten, deswegen hat sie ihren Grund, warum jetzt hier so eine Wahnsinns Tanzfläche ist Hier ist ja nichts mehr, ist ja alles verkauft, die Ware Ist aber noch genügend Ware da, keine Probleme Für Weihnachten sind sicherlich Geschenke noch zu haben Wir sprechen über den Preis, wie gesagt, wir halbieren den Preis Wie bei Amazon, machen wir die Hälfte Je nachdem, wir können nicht alles verschenken Aber so um die 25% sind wir billiger wie Amazon Und bei einigen Sachen, ne, 355 möchte Amazon haben Das war gestern, heute wollte Amazon 305 haben für eine gewisse Figur Malak, Malak sollte 305 Euro kosten haben Wir haben gesagt, kommen Sie mit für 69, 95, also 70 Euro Vorhin 40, wir machen glatte Summen, 70 Euro, 40 Euro Der Kunde hat dann 2, 3, 4, 500 Euro gespart Aber er ist glücklich, es geht auf Weihnachten zu Wir sind in der weihnachtlichen Geschichte Das ist eine weihnachtliche Vorfreude Auch das Fest, wir arbeiten auch dran, dass der Heilige Abend ein Feiertag würde Wo keiner mehr arbeitet Aber dann kriegen wir irgendwie in dieser wirtschaftlichen Demokratie einfach nicht unter Auch als Star Wars Fan kriegen wir das nicht hin Dann Imperium würde sagen, ne, ist nicht, lieber Rebell, lieber Captain Rex Das machen wir nicht, ne, ich bleibe euer Captain Rex Vielleicht habe ich irgendwann mal die Uniform von Captain Rex Wer weiß, ich freue mich ja immer Ja doch, ich habe noch einen da Einen Captain Rex noch da Wie gesagt Das ist jetzt heute die Ankündigung Da wir ja mit sehr vielen Artkünstlern arbeiten Wir werden also wunderschöne Geschichten erstellen Wir werden also wunderschöne Sachen machen Wie diese Arbeit Das ist ein Kundenauftrag Ein Kundenauftrag, der möchte unbedingt Wicket haben Als Geschenk für jemanden Weil jemand Wicket so mag Da haben wir gesagt, gut Wir bereiten einige Sachen vor Einmal so ein Cases hier Ein Bilderrahmen Eine Sonderedition Eine Sonderanfertigung Wir werden ab sofort nur noch Sonderanfertigung erstellen Auf Kundenwünsche Ja, auch die teuren Sachen werden da sicherlich unterkommen Die Raven Wollte dann natürlich nicht kaputt gehen Weil der Kunde wartet drauf So, auch Raven Auch Raven wird sicherlich in sowas unterkommen Der Raven wird darin Sicher auch Andere Figuren werden da In solche Cases eingearbeitet Um das irgendwo hinzuhängen Ich muss natürlich da mal Irgendwo mal Andi, schau mal Wir sind hier im Datenhighway Kiosk Mit zur Hilfenahme von Maschinen Im Datenhighway Kiosk Mit zur Hilfenahme von Maschinen Hier kommen neue Maschinen hin Wir erweitern das Copyhaus Und wir unterhalten uns natürlich hier Yeah Wir haben nämlich Wochenende Meine sehr verehrten Damen und Herren Wochenende Und ich finde es toll Ähm Dass man dann Auch während den Dreharbeiten hier Begrüßt wird Und dass man dann In der Elektronik In der heutigen Datenhighway Elektronik Während den Dreharbeiten Einen noch Einen Gruß rüber schicken kann Ne Ja genau Ach ich finde das so super toll Also das war ein Datenhighway 1969 ausgedacht Und im Jahre 2019 Mindestens 40 Jahre Dann darin tätig Na So Der Datenhighway Kiosk Der Datenhighway Kiosk Mit zur Hilfenahme von Maschinen Demnächst werden hier neue Maschinen stehen Die Star Wars Show geht ja auch so langsam zu Neige Wie gesagt wir bieten an Äh Vielleicht machen wir ja Hier raus Auch ein tolles Case Ist an sich schon ein tolles Case Aber ähm Man könnte diese Figur hier Die hat mal richtig viel Geld gekostet Ja Und die sollte auch viel Geld kosten Und dann wurde sie dann irgendwann mal Auf den Weg gebracht Könnte ich mir gleich mal anschauen Vielleicht besorgt man sich 10 Stück Und macht ein schönes Diarama daraus Mal schauen Also wie gesagt Wir Wir bieten ab sofort Diarama an Wir bieten ab sofort Äh Neue Cases an Neue Bilderrahmen Neue Sensations Neue äh Sachen Der Stammtisch bleibt Der Filmclub bleibt Die Fans Die Begeisterten bleibt auch Euer Admin Meiner einer Euer Medienkanzler bleibt auch Captain Rex erst recht Im Cosplay Bereich Nur äh Die Euphorie wird erst im Jahre 20 Genau 27 sein Denn dann 50 Jahre Star Wars Gestern noch mit einigen Gesprächen Neh lieber nicht Dann bin ich ja schon 50 Was soll ich denn da sagen Dann bin ich 70 Meine lieben Freunde Hallo ne Alle die im Jahre 20 27 50 Jahre Star Wars Wasch echt erlebt haben Die dann 65 Sind Die dann 70 Sind Oder sogar 85 Sind Das wird dann Richtige Olde Geschichte Ob man dann Den Hamill Der dann auch An die 70 Sein wird Harrison Ford Der dann Über 80 Sein wird Von Also kurz vor 90 Schon ist Und George Lucas Dann mindestens 87 Sein wird Ähm Wie frisch Die alle dann Noch sein werden Und was alles So Auf und zu Kennedy Also Catherine Kennedy Die geht ja dann Auch auf die 60 Zu Also Ist eine richtige Olde Gemeinschaft Und wir als Netflix Begeisterten Haben vielleicht Das Glück Dass es dann Netflix auch noch Gibt in 10 Jahren Wenn nicht Dann haben wir halt Den Disney Channel Spezial Star Wars Channel ABC Müssen wir mal schauen Wer uns da Entgegen kommt Aber in 10 Jahren Geht die Post ab In 10 Jahren Geht die Post ab Und das macht Richtig viel Spaß Wie gesagt Zu einem Datenhighway Zu kommunizieren Wirklich dabei zu sein Hätte jetzt auch ein Live Streaming machen können Vielleicht kommt ja mal Eine Live Sendung Ihr seid dazu Total recht herzlich Eingeladen Äh mitzumachen Wer Lust hat Mitzumachen Ist hiermit eingeladen Mitzumachen An einem Samstag Kommt vorbei Und dürft auch Mitten in der Woche kommen Nur jetzt hier im November Bei den großen Umbauarbeiten Wo hier wirklich Alles geändert wird Ähm Da klappt das nicht so Aber ihr seid immer Freundlich begrüßt Wir können hier immer In der Lounge sitzen Und uns unterhalten Wie gesagt Es ist leer hier Das kommt hier leider Alles weg Diese Lounge kommt weg Hier kommt eine Elektronische Geschichte hin Ähm Und da hinten kommt Eine elektronische Geschichte hin Natürlich haben wir noch Genehm Ware da Die wir günstig verkaufen können Im Schaufenster Einfach mal dran vorbeilaufen Vielleicht gefällt euch was Jedenfalls Es ist sicherlich was dabei Was weihnachtlich Irgendwo unter dem Weihnachtsbaum Dann präsentiert werden können Äh damit irgendein Weihnachtlich zumuten Ne Nach dem 14.12. Kann man ja Oh der Film war so super Oh Ne Ja Ist alles da Können wir drüber reden Ähm Wir haben wie gesagt Genügend Figuren Die dem Schauspieler Fast richtig schön Ähnlich sehen Ja Ähm Alles da Wir haben auch Für wenig Geld Geilo Okay aus E7 E7 ist nicht so gut angelaufen War einigen War einigen doch Ja Es gibt ja immer drei So eine Dreispaltigkeit Die Hasser Die wenig Hasser Und die Liebenden Und die Liebenden Das sind wir Wir mögen alles Was mit Star Wars zu tun hat Ob nur Star Wars Clone Wars Die Rebells E7 Also 1 bis 3 Saga 3A Rogue One Dazwischen Ne Demnächst Solo Der Film Dazwischen Ach das wird schon alles passen Demnächst haben wir so eine ganze Galerie Lauter Filme Vielleicht machen wir das Wir haben auch noch die uralten hier Äh Einmal die wunderbare TRX Version Hier Diese alte Trilogie Auf VHS Man war das Zeit Extra das Gerät dafür gekauft Damit es so richtig scheppert In der Wohnung Das alte TRX Dann haben wir die Gold Edition Die Silver Edition Noch auf Video Ach herrlich Dann haben wir die alle noch auf DVD Dann auf Blu-Ray Vielleicht irgendwann mal Auch in 4K Muss nicht sein Aber irgendwas Ist da Jetzt haben wir ja auch einige Schon in 3D Macht also auch schon Spaß Zuhause 3D zu gucken Star Wars Und äh Ja Ihr seid hier bei der Star Wars Äh Film gehen Wegen der hier Sozusagen Wir Wir sind eine Vierte Filmproduktion Äh Wir haben mit Star Wars Als Film Nichts mit zu tun Nur Die ganzen Cosplayer Die ganzen Marvel Die DC Leute Ähm Also die Marvel Leute Die DC Leute Die halt Marvel DC mögen Die gesamten Äh Helden Aus dem Marvel Bereich Ne Mit der unzerstörbaren Haut Äh Arrow Auch wie der heißt Da Die Justiz Ne Marvel Justiz Batman Gehört ja auch zu DC Und so weiter und so fort Ja Sogar Captain Sparrow Gehört zu Disney Deswegen haben wir da hinten mal Hingehängt Den Captain Captain Sparrow Wer halt Ähm Teil 5 gesehen hat Ich meine 3D mäßig Hat er mir nicht gefallen Da war ja nichts In 3D Da war ein bisschen Ja so abgenudelt Das War nicht so Wie ich mit Captain Sparrow Äh Karibik Äh Piraten der Karibik So Ne Also so zufrieden war ich nicht So Das war's Also ihr merkt schon Äh Bin ein bisschen durch diesen Datenhighway hier Abgelenkt worden Wollte mich auf diese Art nochmal Ähm Erklären Warum das jetzt hier so wenig geworden ist Weil viele Fragen Äh Keine Panik Ist ja noch was da Ne Wie gesagt wird super günstig angeboten Weil er super günstig angeboten wird Ist klar wird er natürlich immer weniger Ja Ja Worauf wir uns dann einschießen werden 2018 Weiß ich selbst noch nicht Aber er wird sicherlich Irgendwas schönes kommen So und ich wünsche euch allen jetzt Äh Bis Weihnachten Ne tolle Sache Mal schauen Ob wir da nicht irgendwie 24 Clips Auf den Weg bringen können 24 Clips 24 Star Wars Clips Wieder auf den Weg bringen können Bis zum 14 Also vom 14. November Bis zum 14. Dezember Dass wir da irgendwie pro Tag Ein Türchen aufmachen Countdown mäßig Und dann Wer Lust hat schaut sich an Wer Lust hat macht mit Wer Lust hat kommt vorbei Dann machen wir ja so eine Art Kalendergeschichte Ihr könnt mit Kostüm erscheinen Ihr könnt auch ohne Kostüm erscheinen Wir können dann wirklich Irgendwas Lustiges machen Das wird dann hier auch Beim YouTube Kanal gezeigt werden Ihr wisst ja YouTube Kanal Schaut es euch an Und so weiter Wie gesagt auf offenes Fernsehen Können wir noch nicht gehen Das lohnt sich nicht Ähm Können wir Wir haben da einige Wo wir auch öffentlich senden könnten Aber wer schaut sich da Dann schon so eine Sendung an So eine YouTube Sendung reicht Vorkommen Und es reicht auch Wenn man da über Star Wars philosophieren Und wie gesagt Die Star Wars Sachen anbieten Einige haben ja Wahnsinnspreise da rausgehauen Wie dieses hier zum Beispiel Am Ding Diese Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi Gab es dann schon für 29,95 Bei einigen Wie teuer der jetzt wirklich ist Weiß nicht Ich hab also Jetzt kein Computer hochgefahren Wie teuer wir den dann verkaufen werden Weiß ich noch nicht Wie gesagt Soll der weihnachtlich sein Und wenn Ein echter Fan kommt Hier ist irgendwie so ein Plakat mit drin Keine Ahnung Hab ich auch gerade entdeckt Irgendwie so eine Anleitung Eine tolle Geschichte Mit Obi-Wan Kenobi So Das war es dann heute mal Ich bedanke mich fürs Zuschauen In der Star Wars Show 40 Jahre Star Wars Das waren noch Zeiten Wie gesagt Wir verkaufen alles aus Deswegen ist das hier ein bisschen wenig So gut wie gar nichts Und Ja In dem Dreh Wir erleben uns Viel Spaß You have failed me for the last time